Eine Massage ist wohltuend und hilft, Verspannungen und Verkrampfungen zu lösen. Im stressigen Alltag sind Entschleunigung und zur Ruhe kommen wichtige Faktoren. Massagematten können Ihnen helfen, zu Hause zu entspannen und sich eine Massage zu gönnen. Der Großteil dieser Matten bietet Ihnen einen großen Funktionsumfang und Sie sind fast überall an den verschiedenen Körperpartien einsetzbar. Welche Bereiche Sie mit einem Massagekissen massieren können und was Ihnen die elektrischen Helfer teilweise noch zu bieten haben, erläutern wir Ihnen in unserem Vergleich. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Relaxdays Massagematte Beurer MG 280 Massagematte. In die elektrische Massagematte von Relaxdays sind insgesamt zehn Vibrationsmotoren integriert, die Ihnen Entspannung bescheren sollen. Die Auflage können Sie auf dem Sofa, im Bett, auf dem Sessel oder auch auf dem Fußboden verwenden, eben da, wo Sie Ihr Wellnessfeeling genießen möchten. Mit der Relaxdays Massagematte sollen sich Beschwerden und Schmerzen im Rücken- oder Nackenbereich oder auch Kopfschmerzen lindern lassen. Wählen Sie zwischen den drei Vibrationsintensitäten, niedrig, mittel und hoch. Aufgrund ihrer Größe deckt die Massagematte laut Hersteller die Bereiche Nacken, Rücken, Hüfte und Gesäß wie die Oberschenkel ab. Vier von fünf Massageprogrammen laufen automatisch durch, pulsieren, rollen, klopfen und kneten, während es sich bei dem fünften Programm um ein Automatikprogramm handelt. Nach 15 Minuten schaltet sich die Relaxdays Massagematte aus gesundheitlichen Gründen, so die Beschreibung des Herstellers, automatisch ab. Bei den Massageprogrammen können Sie einzelne Körperpartien auswählen, die Sie massiert haben möchten, können allerdings auch eine ganzheitliche Massage auswählen. Die Muskulatur sollen durch die verschiedenen Vibrationen gelockert und Verspannungen gelöst werden. Die einzelnen Massage-Segmente sind jeweils etwa 45 cm hoch, insgesamt hat das Produkt eine Länge von 170 cm. Optional zur Massage wählbar ist die Wärmefunktion, die sich über den gesamten Mattenbereich erstreckt. Die maximale Gewichtsbelastung dieses Massagegeräts liegt bei 140 kg. Betrieben wird das Produkt über das Netzteil und die kabelgebundene Fernbedienung, die eine intuitive Bedienung ermöglichen soll. Der Bezug soll angenehm weich sein, lässt sich allerdings nicht abnehmen. Eventuelle Verschmutzungen auf der Matte entfernen Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Preislich ist die Massagematte im mittleren Segment zu finden. Mit der Relaxdays Massagematte erhalten Sie das Netzteil, die Fernbedienung, die Anleitung auf Englisch. Die Rückseite der Massagematte ist mit zwei Gurten ausgestattet, die Ihnen die Möglichkeit bieten, bei der Anwendung im Sitzen die Matte rutschfest zu befestigen. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Vitalmax 00141200125 Massagematte. Die Vitalmax 00141200125 Massagematte eignet sich für eine Ganzkörpermassage. Sie ist mit fünf Vibrationsmassagemotoren ausgerüstet und dient dazu, folgende Körperbereiche zu massieren. Beine, Rücken, Nacken, Schultern, Lenden, Gesäß. Die Massagematte ist mit Hilfe einer Kabelfernbedienung bedienbar. Hierüber ist es möglich, die drei Massagezonen einzuschalten, eine von zwei Intensitätsstufen auszuwählen und die Wärmefunktion zu aktivieren. Die Matte wird aus Polyester gefertigt und hat folgende Abmessungen, 145 cm Länge, 50 cm Breite und 3,5 cm Höhe. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.